So Freunde, Willkommen zu Minecraft. Nein, wer hätte das gedacht? Ich spiele auch Minecraft. Wow, es ist die Überraschung des Jahrhunderts. Und, 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 nein, auch von mir ein herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Together. Yeah, es ist nämlich ein Together, nein, steht ja so überhaupt nicht im Titel. Ein Together mit Mish wieder, mit Mish. Und ich würde sagen, das ist Minecraft. Nein, wer hätte das gedacht? Und diesen Baum werde ich jetzt abholzen. Genau, wir werden einfach jetzt mal drauf losholzen. Ja, wir machen einfach so, wie wir es sonst auch spielen würden. Das heißt, wir nehmen uns nichts Großartiges vor. Wir bauen einfach nur Scheiße. Und da bauen wir anschließend noch mehr Scheiße, würde ich mal sagen. Und vielleicht kommen auch ein paar Gäste mal drauf. Ja, ich würde sagen, das wird bestimmt irgendwann mal kommen. Auf Anfrage wird vielleicht auch mal ein anderer mit drauf kommen, also. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Wünsche. Ich kann ja mal fragen, ob Dark Shadow irgendwie mal mitmachen will. Dann spring ich den dazu. Der spielt nämlich normalerweise keinen Minecraft. Oder Heat könnte ich ja auch mal fragen. So. Sowieso. Und vielleicht kriegen wir auch noch welche von den höherrangigen. Die. Die haben auch irgendwann klein mal angefangen, also. Braucht halt nur seine Zeit. Ach, never mind. Das wird bestimmt irgendwann auch mal kommen. Bestimmt. Und wir bauen viel Holz ab, weil wir viel Holz abbauen können. Yay. Hast du eigentlich irgendwie einen speziellen Seed oder so gebraucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Und warum schubst du mich ein Schaub vom Baum? Stürzt scharf. Das sieht mal episch aus. So, ich bin schon fertig mit Holzsammeln. Ja, brauche ich nicht. Warum habe ich zwei Stums, obwohl ich sie gar nicht aufgebaut habe? Man weiß es nicht. Naja, ich baue jetzt hier erstmal noch ein bisschen mehr Bäume ab. Weil Bäumefällen mit der Hand Spaß macht. Yeah. Und wow, hier kann man direkt schon Steine abbauen. Wow. Wow. Wow, geht's hier runter. Warte mal. Guck mal her kurz. Na, wo bist du denn? Wenn ich baue hier nach eben den Baumzeilen abdenke. Ich suche es mal schnell nach dir. Glaub ich. Hier sind Bäume abgehackt. Ah, da ist ein Seed. Da. Komm mal mit. Okay. Also, es ist eine Mine. Da geht's direkt schon übel runter. Das ist... Da, keine Ahnung. Da könnten bestimmt schon vielleicht Diamanten drin sein. Ich bin dir aber nicht sicher. Es geht nur Stein nach unten. Okay. Aber Kohle oder so ist da noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wow. Fail. Das klang unappetit nicht. Ja. Und so. Und so sprang er rein. Ja, super. Das würdest man erzählen. Okay, warte ich. Eigentlich bin ich in einer guten Position runtergefallen, weil... Ich habe ja diesen Vorteil an diesem Laptop, dass ich keine... ...Tackeln brauche, um was zu sehen. Und... ...so könnte ich... ...dermaßen mich... ...hier lang buddeln, weil hier übermaßend von Eisen ist. Und das wäre dann direkt für mich. Jo. Aber du brauchst ne Spitzhacke, um die abzubauen. Ich weiß, ich bin grad dabei. Achso. Ich habe es dann abgebaut. So. Und jetzt kann ich es ja abbauen. Yay. So, ich mach mir jetzt auch grad mal ne Spitzhacke. Oder zwei. Und dann kann ich nämlich... ...zwei Spitzhacken haben. Ja, geil. So, jetzt hole ich aber noch Kohle. Im Gegensatz zu dir. Hm. Wo fliege ich denn jetzt auch schon? Kohle würde ich... ...hier nachholen, aber... ...das waren wirklich jetzt... ...zwei Eisendinger auf einem, also... ...fleck. Das... Das ist krass. Ich habe jetzt schon 14 Stück, also... ...es war wirklich... ...gut gebräuchtlich, würde ich sagen. ...um auf Kohle zu stoßen eventuell. Und ich gehe einfach mal free for fun hier runter. Wow. Und ich höre Zombie. Wow. Moment. Die habe ich komplett vergessen. Dann mache ich so... ...und dann so... ...und dann... ...so... ...und ich höre es schon wieder immer näher kommen. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Da ist Kohle over there, but... ...there is a Zombie too. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade englisch... ...schmeiß dir gleich mal ein Schwert runter. Ich habe ein Schwert schon. Achso, du hast schon ein Schwert. Und ich hau es kaputt. Kaputt soll ich... ...um mir die Kohle zu schnappen. Um mir die Kohle zu krallen. Mach jetzt hier direkt Marsch. Ich krall mir die Kohle. Ja, warum nicht? Und weißt du was? Weil ich es kann! So, Stickies. Und mit... ...Steinen ergibt das... ...eine Steinaris. Yeah. Over there is a Licht. Yeah. Yeah, a Licht. Oi. Warum ist da unten ein Licht? Man weiß es nicht, warum da ein Licht ist. Und ich kann reiben. Oh yeah. So, und weil ich... Und da ist ein Creeper. Den würde ich aber nicht helfen, aus dem Wasser rauszukommen. Weil... Nein, das... Der macht Kleinholz aus mir. So. So würde ich es beschreiben, glaube ich. Ja, ich glaube, das trifft es am ehesten. Es fängt gut aus. Wow. Und... Irgendwo ist ein... Irgendwo ist ein... Irgendwo ist ein... Ein... Ein Skeleton, der mich gerade... Wow. Das war ziemlich laut. Ja, aber wo ist das Skeleton, der mich denn gerade angegriffen hat? Der... Ach, da ist einer. So, ich baue mir jetzt ganz episch eine Treppe. Ich glaube, ich habe mich verbaut. Den ich jetzt einfach mal kaputt geahren habe. Sehr gut. Ähm... Ja. Ups. Hurra, ich bin Level 1. Oh yeah, Level 1. Möchte ich auch was erklären. Für die, die noch nicht wissen, was Minecraft 1.00 gebracht hat. Oh my god. Er hat Insider-Wissen. Und zwar... Man kann mit dem Levels, ähm... An einem Enchantment... Table, wofür man Diamant-Böcke und... Oder... Se, den braucht. Ähm... Die kann man auch. Einfach auf Minecraft-Wickel gehen. Und ähm... Da könnt ihr für das Level halt... Eure Diamant-Hacke oder so... Spezielle Fähigkeiten geben, die jetzt in einer komischen Sprache stehen. Ey, Polen ist unerlaubt so. Ähm... Was Polen ist unerlaubt? Die... Sprache von den, ähm... Sachen... Das sieht man da nicht in diesem Enchantment-Table, das ist komisch, aber... Manche ist das halt sehr random am Anfang. Manche bringen halt... Zum Beispiel... Unzerstellbarkeit und... Weil ich nett bin, lasse ich ihnen die restliche Kohle hier. Ey geil, danke. Und ich geh weiter gucken hier. Wo ich schon mal gut dabei bin. Weil es ist wirklich gerade ganz gut hier am Laufen. Und ja... Und deswegen bringt es halt mit diesen Levels. Am Anfang hat das ja wirklich nichts gewollt. Ja, aber da war es einfach nur ein sinnloser Counter der Sinnlosigkeit. Wow! Und da ist ein... Warum man den da eingebaut hat, obwohl es noch nichts bringt. Also... Das... Das... Soll mir mal jemand erklären. Damit man sieht, was... Was... Die spielt da vor. Und da ist noch ein... So ein bisschen Spawner. Das kann durchaus sein. Der tritt hintereinander, der von da oben unter... Und weil ich weiß, dass du da hinten eine Workbench hin... Achso, ne. Da kommst du her... Nein, hier ist nur eine riesen Schlucht mit... Viel... 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 Mit viel Anteil. Wow! Filze! Eisen! Ich mach mir jetzt erstmal noch ein Schwert. Weil ich Schwerter machen kann. Mach mir direkt mal zwei. Und wir werden wahrscheinlich mehr als nur ein Part aufnehmen. Ja, das... Und das... Hat ja so ein Minecraft Let's Play normalerweise so an sich. Part wechseln muss ich dann mal kurz weg. Ja. Oder denkst nicht jetzt. Nicht jetzt, wo ich hier unten bin und wo es gerade so gut läuft. Weil vor allem, ich hab jetzt gleich schon ein Stack Kohle und... Was? Du hast aber ein Stack Kohle? Ja. Was? Ich bin grad selber überrascht, dass es so schnell geht und... Ich glaub, dieses Let's Play wird nicht lange dauern, wenn du jetzt schon ein Stack Kohle hast. Ich hab ja grad mal 20 Fackeln. Du hast schon ein Stack Kohle. Und warum geht's hier rauf? Und warum ist es hier so verdammt dunkel, obwohl es das gar nicht sein dürfte? Ah, so viele Fragen! Hallo! Ich hab jetzt keinen Bock in der Nacht rauszugehen, ohne dass ich irgendwie ein Haus hab. Ich auch nicht. Und deswegen werde ich den Eingang jetzt wieder zu machen hier. Sehr gute Idee. In der Zeit, wo schon mal ein Skeleton davor steht. Ja. Juhu! Den ich jetzt aber nicht... Ich werde jetzt einfach mal hier AFK rumstehen. Und mal zum AFK gehen. Ja, ich geh mal kurz AFK, weil das ist wirklich wichtig und... Ich sag mal bis gleich. Ja. Ja. Das war's für Minecraft für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pause. Tschüss. 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 Tschüss.